Falkim Media präsentiert die schönste Liebesgeschichte des Jahres mit dem Star aus Zwei-Uhr-Küken und den Glorious Bastards Ken Duken und einer hinreißenden Nicole Beharry. Ein Film über die Liebe, das Leben und seine schicksalhaften Fügungen. Guten Morgen, mein Freund. Willkommen in der tollsten Stadt der Welt. Eine so weite Reise und das nur für zwölf Stunden wie sorthin, mein Freund. Geschäftlich. Sie kommen extra hierher, nur um uns dicht zu machen? Natürlich ist das nichts Persönliches. Denkst du nicht, dass alles aus einem bestimmten Grund geschieht? Es ist alles nur eine Frage der Perspektive. Jetzt mal im Ernst, was willst du? Ich möchte dir meine Hilfe anbieten. Und wieso sollte ich dir trauen? Ich weiß doch überhaupt nichts über dich. Außer, dass du sagst, dass du viel von klassischer Romantik hältst. Ja, im alten Europa glauben wir noch an Romantik. Die ganze Zweigstelle ist heute geschlossen worden. Ich hab meinen Job verloren. Ich hab beinahe vergessen, dass ich dir was ausrichten sollte. Sie wollte, dass ich dir das gebe. Sagen Sie, sind Sie verliebt in meine Tochter? Ich bin hier, um mich zu entschuldigen. Ich glaube, du weißt schon, wofür. Mein Freund, so eine Liebe finden Sie nur einmal im Leben. Sie können heute nicht nach Hause fliegen. Wieso muss ich diejenige sein, die das riskiert? Ich soll alles aufgeben, was ich hier habe? Ich soll auf eine solche Reise gehen? Und das nur, weil wir möglicherweise gut zusammenpassen? Nein. Nie mehr ohne dich. Demnächst im Kino Demnächst im Kino Hmm Danke tschüss